hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge the elder scrolls online wir sind auf der suche nach einem daedra hier im keller und zwar nach dem unersättlichen der durch so ein richtig widerliches ritual hier ins leben gerufen wurde in dieser feste und jetzt die leute hier ein nach dem anderen aus nimmt aussaugt ja ihre innereien frisst und nur die vertrocknete hülle übrig lässt wenn das nicht toll klingt so und erkundet den keller ja und ihr ihr bleibt wieder hier stehen das ist ja dieses licht offenbart den daedra seid bereit was also noch mehr außenseiter magie wagemutig sie lorien sie spürt etwas auf wie peinlich habt ihr das gesehen ich hatte sie noch gewarnt kommt ausschwärmen das ding kann nicht weit sein ausschwärmen warum ich dachte ihr glaubt mir nicht geht ihr die halle runter ich werde sehen was ich dort vorn finde na super gucken wir mal kurz auf die map okay hier rum die treppe runter und dann sind wir auch schon da so ich habe schon wieder so lange nicht gespielt dass ich natürlich schon längst nicht mehr weiß wie man die überhaupt so ein richtig dicker lecker zwei davon weg so ah hier liegt ja irgendwas was haben wir denn da beweist euch äh terraniel der augenblick auf das auf den ihr gewartet habt ist endlich gekommen ich habe eine gelegenheit für euch eine einzigartige gelegenheit bei der ihr dem hof und unserem wohltäter eure gewissenheit gerissenheit beweisen könnt ihr wisst wie sehr er gewiefte geschäftsleute zu schätzen weiß ich vertraute euch einige folianten an die ich zu einem erheblichen preis erworben habe sie beschreiben einen ort der zwischen den reichen liegt eine spalte oder vielmehr eine grube der leere die sich zwischen unseren welten und dem reich des vergessens befindet dort haust ein urwesen ein wesen das unendliche not leidet und unserem wohltäter ist nichts lieber als ein wesen in not macht ein geschäft mit dieser kreatur dem unersättlichen und hetzt ihn auf die garnison der keitan feste das ist da wo wir sind unserer unser augenblick des triumphs steht kurz bevor und die schergen unseres hirntoten herrschers sind uns nach wie vor zu nah gibt ihnen etwas womit sich sie sich beschäftigen können während wir die letzten teile unseres plans umsetzen ich hole euch zurück nach schimmerhain sobald ihr eure aufgabe erledigt habt bis dahin behaltet ihr die lage im auge und sorgt für ein positives ergebnis wir wären alle höchst enttäuscht wenn ihr diese investition vergeuden würdet möge das glück euch holt sein t schaut nach wohin der die seitenpassage führt mache ich so das ist doch hier die seitenpassage oder nicht ich möchte nur lecker wissen bald triffst du den unersättlichen was ist das denn ein skelettechse oder was ha 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 falsch gedacht moinchen kommt aber hier läuft der rückwärts der läuft rückwärts raus hier massenkontrolle ich hänge hier irgendwie voll in dem fest der hat ein bisschen sehr viele tentakel na komm fall tot um ach so ein dickes ding kommen wir rennen jetzt mal hier hoch vielleicht hilft die uns ja ein bisschen ne offenbar nicht kommt er noch oder kommt er nicht komm schon und zurück ach so da ist er so ähm hm mist verdammter wo geht es denn hier lang hier geht es nur wo lang das liebe ich ja hä doch geht es irgendwo lang wieso kommt der hier durch und ich nicht das ist doch nicht nicht fair wo muss ich denn jetzt schon wieder lang ähm ich habe keinen schimmer war das nicht der richtige weg da unten durch die tür ah ja da ist jemand mit dem wir reden müssen was ist das war der gerade eben schon da ach so ne ich habe da was gesehen was da gar nicht war sehr schön so wen haben wir denn hier justizia hürzel hürzel nun ich denke wir könnten auf der richtigen Spur sein au wer war das äh zweifelsohne unser daedra beschwörer niemand den ich kenne das wirft zwar fragen auf doch das kann warten nehmt die verfolgung auf und findet lindaffe siluri ist ihr nachgesetzt aber es gab schrecklich viel geschrei wisst ihr wo sie hin sind durch diese türen dort hinunter wo wir den wein verwahren dieser ort ist seitan aber anders ich drücke mich wohl nicht sehr klar aus oder den anderen zu helfen liegt jetzt in eurer hand das tut mir schrecklich leid ähm ja bleibt wo ihr seid ich komme mit hilfe zurück hm so gucken wir mal wie groß ist das hier eigentlich nur hier hinten ums Eck okay naja sieht ja irgendwie eklig hier unten aus na wo hängst du denn drin ach nee muss ich den jetzt einfach er versucht in die wirkliche Welt zu entkommen ich halte ihn solange es geht ah ich hasse solche Endbosse haha nein wirklich muss es sein ich drücke doch schon wie bescheuert oh Aua ich drücke ich drücke ich drücke ich muss mich loslassen was woher hin oh das war unfair das war unfair Nein, nein, der frisst mich. Hör auf damit. Ich drück doch schon, du bescheuert. Oh Gott. Aua. Nein, das schaffe ich nicht, glaube ich. Ja. Das ist wirklich eine Zunge. Oder? Ja, bitte. Ich bitte darum. Ich habe schon wieder gar keine Heiltränke mehr. Vergammeln die irgendwie nach einer Weile? Ich hatte auf Kuh ganz viele, das weiß ich. Und nun? Lynn, könnt ihr dieses Portal offen halten? Warum? Wo wollt ihr hin? Findet die Magierin und tretet ihr in den Arsch. Ich jage Hü. Man wird euch fangen. Warum hört sie denn nie auf mich? Ich muss ganz kurz mal gucken. Wie gesagt, ich bin mir absolut sicher, ich habe sowas alles hier irgendwie... Wiederherstellungstrank. Überlebenselexier. Klingt doch richtig gut. Schnellzugriff. Ja, das ist doch da schon. Deswegen, ich sag doch, warum kann ich das denn nicht nehmen? Sehr merkwürdig. Das werden wir. Als erstes müssen wir diese Magierin finden. Irgendwelche Vorschläge? Sie muss sich in diesen Ruinen verstecken. Halt! Ich weiß, wo wir sind. Diese Ruinen sind direkt vor der Nase der Satan-Feste. Sie, Lurie und ich erkundeten sie als Kinder. Wir liebten schon immer Geheimnisse. Unsere Mütter hassten das. Wir kamen immer völlig lehmverschmiert nach Hause. Ich habe überall in dem Geheimraum, wo die Magierin der Unersättlichen beschworen hat, Leben gefunden. Also ist die Magierin irgendwie hier durch die Satan-Feste gelangt. War das der Grund, warum sie hierher gekommen ist? Wir kennen immer noch nicht unsere Verdächtige oder ihre Motive. Eigentlich fast gar nichts. Ihr Götter, diese Ermittlung leitet mir wirklich aus den Händen. Lest das. Ihr Name ist Terraniel und sie wurde hergeschickt, um die Ketan-Garnison zu beschäftigen. Eine Verschwörung? Das ist etwas, was ich verstehe. Der Ton des Briefs deutet darauf hin, dass unsere Täterin sich nicht einfach verstecken kann. Wir drängen sie in die Ecke. Dann wird sie richtig verzweifelt werden. Was war was? Ich habe gerade eine Erschütterung der Magiker gespürt, als ob sich diese Portale geöffnet hätten. Nur viel größer. Ich glaube, die anderen sind in Gefahr. Es kam von da drüben. Von der anderen Seite der Brücke. Schnell! Ich gehe voran. Nein, ihr geht voran. Mano. Gucken wir uns das mal hier an. Wie sieht das hier aus? Das ist wahrscheinlich die Feste da oben. Achso. Die sind so klein und unscheinbar die Kinder. Achso. Was ist das denn? Ist das ein Greif? Den will ich eigentlich gar nicht töten. Ich finde die richtig toll. Hey. Aua. Ich war doch gar nicht mehr drin. Oh, warum machen die denn alle immer sowas? Ah. Lauf, lauf, lauf. Ja, und da sieht man es. Ich hatte das auf Kuh. Ja, jetzt haust du wieder ab. So typisch. Darf ich dann vielleicht wenigstens an dir vorbeilaufen? Oh, wieder ab. Das gibt es doch nicht. Dieses dumme Vieh. Was soll das? Lass mich doch mal in Ruhe. Ich war doch schon längst durch die Tür. Jetzt fallen wir hier gleich noch runter. Das ist doch echt schade um das schöne Tier. Tja, ich wollte ja an dir vorbei. Du hast ja nicht gehört. So ein schönes Tier. Ich nehme an, wir müssen runter. Oder? Boah, so viele Bücherregale. Keine Spur von Terraniel. Aber von hier ging die Magie aus, die ich gespürt habe. Da liegt was. Da, guck da hinten. Diesem altmeerischen Altar haften immer noch Reste von Energie an. Er muss die Brücke gewesen sein, über die sie in das Reich dieser Kreatur gelangt sind. Könnt ihr es öffnen? Theoretisch. Von dem bisschen, was ich über das Öffnen von Portalen in Detrische Reiche weiß, kann ich sagen, dass es in aller Regel hier in Tamriel einen Gegenstand gibt, der auf den fraglichen Ort eingestimmt ist. Dieser Altmeeraltar ist das Einzige, was in dieser Hinsicht starke Gefühle in mir auslöst. Dann können wir also diesen Altar benutzen, um ein Pontal in den Schlund zu öffnen. Nicht so, wie er im Moment ist. Wenn man ihn als Brücke sieht, dann hat Terraniel gewissermaßen die Tore dazu verriegelt und verrammelt. Wir müssen ihren Zauber aufheben. Danach sollte ich das Ritual neu wirken können, um den Weg für uns zu öffnen. Und wie machen wir das? Meiner Erfahrung nach ahmen die meisten Kultisten nur die Zauber und Rituale nach, die irgendjemand anderes ersonnen hat. In diesem Brief, den ihr mir zeigtet, wurden Bücher ihres Gönners erwähnt. Ihr habt eines für die Beschwörung von Detra gefunden. Der Verdacht liegt nahe, dass es noch ein anderes Buch für dieses Ritual gibt. Ja, ich habe es schon... Achso. Ich dachte, das hier... Es liegt eine Kluft zwischen den Reichen von Boetia und Clavicus Vile, in der Not und Hunger eins sind. Ein schmaler, rudimentärer Ort, der sich in die Haut von Mundus klammert und vergeblich versucht, sich durch sie hindurch zu nagen. Man nennt ihn den Schlund. Eine Grube des Hungers und der Verzweiflung in der brutale Detra, die Ewigkeit damit verbringen, alles zu verschlingen, was sie können und sogar einander. Doch ihr bodenloser Hunger kann niemals gestillt werden. Der Gipfel dieser elenden Kreatur ist der Unersättliche. Ein äußerst gerissener und mächtiger Hunger. Wenn dieser Detra erst einmal die materielle Welt gerufen wurde, labt er sich unermüdlich an allem Lebenden mit der Essenz, die er verschlingt, kann er ungehindert zwischen dem Schlund und Nimm reisen und seine nächste Mahlzeit überfallen. Mit der richtigen Vorbereitung kann ein Zauberkundiger sich ebenfalls zwischen diesen Reichen bewegen. Wenn ihr bereit seid, euch den Gefahren des Schlundes zu stellen, verfügt ihr so über eine unbezahlbare Möglichkeit, unsichtbar für die Welt des Sterblichen zu reisen. In einem Ort, an dem die Barriere zwischen Nimm und dem Reich des Vergessens am dünnsten ist, bindet ihr einen Anker an die materielle Welt, indem ihr den Schlund die Dinge bietet, die ihr am meisten begehrt, nämlich die Aspekte eurer eigenen Lebensessenz. Anima, Ego, Inkaleszenz, was auch immer das ist, und Sterblichkeit. Bereitet Kohlebecken vor, um diese Opfergaben zu kanalisieren und entzündet sie in der richtigen Reihenfolge. Also in der Reihenfolge hier, die hier steht, oder was? Anima, Ego, Inkaleszenz, Sterblichkeit. Wenn ihr ihn vollendet habt, steckt den Anker in der Kehle des Schlundes fest und er steht euch auf ewig offen. Solltet ihr den Wunsch verspüren, euren Anker an einen anderen Ort zu verlegen, müsst ihr die Siege, eure Opfergaben in der Reihenfolge löschen, in der ihr sie gewirkt habt. So kehrt der Anker auf der materiellen Welt zurück und ihr könnt seine Macht an einem anderen Ort einsetzen. Und woher weiß ich, welches die richtige Reihenfolge ist? Gibt es dazu irgendwelche Hinweise? Steht hier vielleicht was? Inkal, Anima war das Erste. Was haben wir hier? Ego. Dann dieses hier. Also sowas, wie es im Buch steht. Nein, halt, stopp! Sterblichkeit. Schnell weg hier. Kehrt das Einstellungsvirtual um. Achso, also genau andersrum, oder wie? Also, nee. Nein, nein, nein. Nimmt hier immer das falsche Ding. Sterblichkeit? Geht nicht. Äh, Anima? Egos? Dann war es das hier. Und dann war es das hier. Das war dramatisch. Da ist es. Es riecht nach dem Reich des Monsters. Ich halte es auf. Geht! Nee. Ich halte es auf. Ich halte es auf. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich lasse euch nicht meinen Druck. Ich verfüttere eure Leiche an den Unersättlichen. Ja, ja. Das ist gut. Ist das da, oder was? Ei, ei, ei. Oh, ich kann mich schon wieder nicht mehr bewegen. Was soll das? Ich hatte sowas. Wenn man hier so fest gewurzelt wird, immer überall. Das ist wirklich ätzend, sowas. Alter! Ich bin schon wieder gleich tot. Weil die mich immer erwischen und ich immer nichts erwische. Komm, stirb jetzt. Danke. Ist der andere jetzt auch weg? Ich glaube, ja. Entkommt aus dem Schlund. Ah! Ich kann das nicht lange abhalten. Ja, lass mich. Dann lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich bloß nicht hier zurück. Das ist vielleicht ein panisches Gedrücke hier mit allen Fingern gleichzeitig auf die Tasten. Ah ja. Bis jetzt haben wir es ja immer geschafft. Hm. Das ist definitiv nicht der Eingang, den wir reingekommen sind, würde ich sagen, oder? Danke, dass ihr diesen Daedra-versessenen Irren daran gehindert habt, mir die Seele auszusaugen. Ihr seid ein großes Risiko eingegangen, euch für uns so weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber wofür schließt man denn neue Bekanntschaften? Stimmt's? Ich schätze, Lin schulde ich auch was. Das will ich nicht unterschlagen. Kommt ihr und Hürzel, oder wie auch immer der heißt, wieder in Ordnung? Wir kommen schon zurecht. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand versucht hat, meine Seele auszusaugen und zu verschlingen. Ach nur dann. Das kommt eigentlich öfter vor, als man denken würde. Berufsrisiko. Und was Hü angeht. Insgeheim macht ihm die ganze Aufregung richtig Spaß. Was hat Terraniel versucht, euch beiden anzutun? Sie zeterte irgendwas darüber, dass ihre Arbeit nicht getan wäre und dass sie den Unersättlichen mit unseren ausgelaugten Hüllen wiederherstellen würde. Irgendwann habe ich einfach abgeschaltet. Aber ich bekam den Eindruck, dass sie das alles nicht zum Spaß macht. Die Beweislage scheint darauf hinzudeuten, dass sie mit dem Hof des Aufruhrs unter einer Decke steckt. Gemeinsam unter einer Decke? Nein, vergisst meine Frage. Spart euch das auf für Hü. Der hat für all diesen Intrigenkram wesentlich mehr übrig. Ich halte mich lieber daran, hungrigen Monstern auf die Füße zu treten. Das ist unser nächster Schritt. Anscheinend wurde da jemand bei unserem kleinen Abenteuer von der Hummel der Jagdlust gestochen. Kostet euren Sieg aus, tapferer Streiter. Den Ergebnissen hier nach zu urteilen, sollte ich öfter zufällig ausgewählte Fremde an meiner Arbeit beteiligen. Nur Spaß, nur Spaß. Ja, wir kriegen hier diese Beinschienen. Das ist allerdings schwere Rüstung, die werde ich also nicht tragen. Wie wird sich jetzt, da die unmittelbare Bedrohung vorbei ist, wieder damit befassen wollen, die Einzelheiten der Vorfälle hier ganz genau durchzugehen? Das wird echt langweilig werden. Aber so richtig. Doch da ihr dafür gesorgt habt, dass wir überhaupt wieder miteinander reden, werde ich Lynn und Hü bei ihrer Untersuchung helfen. Wie konnte Terraniel euch und ich nenne ihn auch einfach mal Hü überrumpeln? Jetzt treibt es mir doch nicht so unter die Nase. Es war gar nicht so leicht, die Daedra abzuwehren, während mir Hü über der Schulter hing. Man würde meinen, mit seinem Dickkopf würde er einen besseren Schild abgeben. Dieser Magier hat uns überrascht, als wir gerade unsere Wunden leckten. Was ist eure Vorgeschichte mit der göttlichen Strafbehörde und diesen beiden? Nun, Lynn und ich sind zusammen hier in der Gegend aufgewachsen. Wir hatten schon immer ein Talent dafür, unsere Nasen in Dinge reinzustecken, die uns nichts angingen. Und was ist mit Hü? Glaubt ihr, dass ihr zurückkehren oder zurückgehen werdet? Tja, nein. Hü und Lynn waren immer mehr als nur Kameraden für mich. Wir waren Freunde. Wir werden zusammenhalten. Aber die göttliche Strafbehörde hat noch einen langen Weg vor sich, ehe sie jemanden wie mich wieder aufnehmen würde. Nicht, dass ich das überhaupt wollen würde. Gibt es noch etwas, was ich tun kann, um bei den Ermittlungen zu helfen? Darüber werdet ihr mit Hü sprechen wollen, aber ich würde mir nicht zu große Hoffnungen machen. Die göttliche Strafbehörde freut sich nicht gerade über Ansichten von außen. Wenn ihr meint, dass Hü und Lynn spießig sein können, dann solltet ihr mal ihre Vorgesetzten sehen. Okay. Unsere eigentliche Aufgabe ist nach wie vor diese hier. Ja, wir haben auch wieder ein neues Level bekommen. Mh, lecker. Ein Rezept, ein bisschen was zu essen. Ja, cool. Dann gebe ich mir nochmal was auf Magika. Punkte einsetzen. Und, hm. Was haben wir denn hier so? Kann ich vielleicht was für meine leichte Rüstung tun? Erholung, Magie, Regeneration für jedes Stück getragene leichte Rüstung. Und das hier. Hä? Ist doch aber genau das gleiche. Ach nee, Resistenz ist das hier. Okay. Äh, was können wir hier vielleicht was machen? Große Heilung. Heilende Geiste, die euch in eure Verbindeten und Gewährtenbereich. Ja, komm. Ich brauche ein bisschen mehr Heilung, habe ich den Eindruck. Ich halte nicht so viel aus, wie ich gerne würde. Okay, dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt weiterhin in diese Richtung auf den Weg, wo wir hier ursprünglich hin wollten. Aha, eine Himmelsscherbe. Die hebe ich noch auf. Und damit ist dann die Folge an dieser Stelle auch wieder zu Ende. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's play The Elder Scrolls Online. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.